Wo? Was? Und? Da auslegen mit nem Stalker. Oh, Alter! Aua, warum brennig? Weil, ähm, ist so. Oh, Rocket Launcher! Vielleicht solltet ihr nicht in die Scheune gehen! BAM! Rocket Launcher ist weg! Ich versichere euch gerade euren Hintern mit, wenn, eh, bedeutet das Gewinn-Boom-Star. Oh, da kommen ein paar Crawler von hinten! Warum tun sie das? Weil ich sie töte. Das ist keine Begründung. Jetzt kommt meine Predator! Hat ja jemand gerade versucht mit Geld jemanden zu töten? Das ist übersicher der Drachen. Oh, oh, incoming! Ey, lass! Incoming in der Scheune! Äh, ich komm mal von vorne, ne, weil der liebe Bedolfers hat die Tür zugemacht. Oh, Bedolfers, Idiot! Wir sind ja sterben hier drin! Ey, wir haben jetzt nur einen Eingang zu verteidigen. Du hast gesagt, in der früheren Part, dass du das magst. Ja, aber nicht, wenn's so... Nicht, wenn sie schon drin sind! Jetzt ist der Baba ja da! Ah, sie kommen von hinten rein! Schweiß, du Saftsack! Schweiß, du Saftsack! Warte, ich schweiß mit! Äh, heiß... Wir müssen schweißen! Meine Maustaste ist kaputt! Mein Gang, ich kann nicht schießen! Ich kann nicht schießen! Nein, der Drachen ist tot! Wiederhole, Drachen ist tot! Panik! Ich kann grad nicht schießen! Sonst hätte ich ge... verteil... Alter, ich kann mit der Waffe nicht mehr abfeuern! Ist die Waffe leer? Nein, ich hab da noch einen Sch... Ich hab 30 Schuss zum Nachladen, einen Schuss im Magazin! Ich kann mit meinen Jagdschotflinte nicht mehr schießen! Das ist die stärkste Waffe im kompletten Game! Welche? Die Jagdschotflinte! Ich will ja nicht sagen, aber das ist ja eine Sirene! Ja, die kann ich mit... Die pullt hier gerade rein! Vielleicht sollten wir sie töten! Ist schon tot! Ist schon lange tot! Oh, der... 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 der Bedolfer ist hier, äh... der... der... der brennt nicht, aber... der läuft von hinten weg! Ja, und ich verteil nur euren Rücken! Okay, auf zum Händler! Stemme ich zu! Ah fuck! Ich werd voll angegriffen! Äh... okay, muss nachverwechseln! Muss nachladen! Scheiße! Muss sterben! Gibt mir nicht weg! Reil mal! Sirene! Tod! Komm! Es sind nur noch neun! Okay! So und... Drachen ist jetzt offiziell weg! Okay! Ha! Ich bin der einzige mit Rüstung! Ja! Der Corolla ist tot! Meine Jagdschotflinte ist echt im Arsch! Ich kann damit nicht mehr ballern! Ja, das ist Fail! Leider geil! Das ist mir noch nie passiert, mit ner Waffe nicht mal feuern konnte! Gah! Da sprintet da vorbei! Und trotzdem bin ich vor euch hier gewesen! Ich auch! Ich muss nie eingesammelt, meine Freunde! Ey, ich kann mit der Kack Waffe nicht mal schießen! Hier! Halt du das? Ich höre deine Mausflikte! Ja! Und die Waffe feuert nicht ab! Like a bow! Die Wagen, die haben wir schön getötet! Meiner! Horncampers! Jetzt muss das Rampage kommen! Ja! Bisschen verspätet, aber es kam! Ja, sorry! Ist ein bisschen schwer, nach wie vor! Ich konnte es leider nicht hören! Für das Teil brauchst du mehr Geld! Ja! Okay, warte! Ich hole mir die weg, Tor! Warte, die heißt Sanitätermaschinenpistole Schneideck! Oder? Oder so! Ich habe genau 0 Dollars! Ich habe genau 28, 131 Dollars! 103 Dollars habe ich noch! Und die... Schneideck! Warte, Schneidzeck heißt die! Schneidzeck! Oh, bitte lass mich jetzt mit meiner Waffe! Ich kann mit der Scheiß Waffe nicht mehr schießen! Aber an sich ist es eigentlich die Vector! Ich kann mit meiner Kack Jagdschuffel nicht mehr ballern! So, ich schmeiß es einfach mal weg und versuch es nochmal! Jetzt zu kaufen! Sollte ja jetzt eigentlich funktionieren, wa? Jo, ich kann wieder mit ballern! Good Job! Besser diesen Baum zu Tode! Ich fäll' ihn dran! Nein, lass den Baum in Ruhe! Fuck! Ich kann mir keine Mundi holen! Wo seid ihr eigentlich? Wir stehen hier! Achso, wir sind noch hier am Haus! Ich seh' euch nicht! Auf der anderen Seite, glaube ich! Hinter dir! Behind you don't! Stalker! Sorry, der ist schon tot, weil er mich angegriffen hat! Don't run away! Moni! Oh, der Händler ist eigentlich ganz nah, das ist ja lustig! Und unnormal! Komm wieder zurück! Und! Au, die scheiß! Die Kämpfer extrem, Mann! Wir dürfen den Feldo nicht alleinglasten! Rennen! 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 Wo ist der Feldo! Rennen! Rennen! Wo ist der Feldo? Rennen! Wo ist der Feldo? Rennen wir ihn hinter! Rennen wir ihn hinterher? Ich sehe seine Schüsse! Ich auch! Wo ist der Kempfer extrem, Mann? hin Ich will es gar nicht wissen. Ich wollte es eigentlich schon lieber wissen. Sirene! Warte! Neues Magazin rein! Ich muss nachladen. Sirene! Ich habe aus Versehen Stalker einen Headshot gegeben. Das war nicht... Ja das ist immer... Oh! Ach du kacke was! Ein Crawler-Armee! Ich wollte auf die Sirene schießen. Hinter der Sirene fällt doch. Und! Die wollte ich gerade wegmachen. Oh fuck! Sind das viele Crawler gewesen! Oh oh! Kettensägen-Männer! Wie? Oh! Zwei Stück auf einmal! Wir brauchen eine erhöhte Position. Irgendwo auf freiem Feld. Ah! Kack! Die machen mir Platz! Der Kettensägen-Mann tötet Feldo! Der Kettensägen-Mann ist tot! Heil Feldo um sein Leben! Hab ich schon! Heil ihn mehr! Noch ein Kettensägen-Mann! Der geht auf mich drauf! Der hat nicht mehr viel Leben! Er ist fast tot! So ist weg! Er ist tot! Ich hab mich auf Heiler umgestellt! Wie? Äh... Wann hab ich das denn gemacht? Da hast du dir einen Pack gewählt! Ja, ich dachte, das kann man nicht außerhalb des Games! Na! Oh, ich glaub beim Händler kann man das! Ja, kann man! Kann man das! Oh, ich dachte, da kann ich Waffen durchscrollen! Wollte mir die Heiler-Waffen angucken! Und deswegen hab ich da die Heiler-Symbol angeklickt! Ich bin blöd! Nur ein bisschen! Ich fang! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich brauch Heilung! Wo bist du? Bei einem Feuer! Ich bin beim Lagerfeuer! Nööööö! Ich hab die Viecher hättet ihr gekillt! Dann bin ich getroßen! Lade nach! Lade nach! Hintet ihr Stalker! Zwei Stück. Hinter wem? Kettensägenmann vor mir. Kettensägenmann down. Solange die Ex-Nussknacker nicht kommen, ist alles gut. Ja. Die sind nämlich sehr gruselig. Da brauche ich drei Schüsse, die so präzise sitzen, damit die sterben. Das ist total schwer. Letztes Magazin. Letzter Mutant. Lauf. Lauf weg vor ihm. Ich glaube, ist der in den Mäuseln in der drinnen? Ich laufe da einfach mal durch. Ja, der müsste hier drin sein. Ja, der ist hier. Ist hier bei mir. Dann töten wir doch den letzten Typen. Ich brauche aber unbedingt Munition. Und eine neue Rüstung. Ich auch. So, ab ihn. Ab ihn. Welche Welle ist das? Keine Ahnung. Kann ich gleich nachgucken. What the fuck? Ich bin aus dem Game raus. Ich bin offiziell noch im Game drin. Das Problem ist nur, ich Skype-Probleme halt. Ne, kennt man ja. Gut, dann, ich versuche wieder reinzukommen. Oh, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Moment. Okay. Bin wieder drin, bin wieder drin, bin wieder drin. Bin wieder drin, bin wieder drin. Ich bin der Perk und kaufe dir Waffen. So. So, alles wieder in Ordnung. Ne, ich kann mir noch einen Prete kaufen. Hab wieder volle Munition für die Schneidzeck und jetzt noch Doppel 9mm Pistolen. Voll Ammo, voll Rüstung, richtiger Perk. Drei Waffen alle, ganz voll und jetzt gibt's auch eine Fresse. Und total viel Stress nachher bei dem Rendern. Jo, das dachte ich mir. Okay, let's go, let's go, let's go. Welle 7. Jo, sieht so aus. Die Five-Seven. Wer dir die Five-Seven? Ich. Wo bist du eigentlich? Ah, da. Okay, okay, ich seh dich, sorry. Ich hab dich kurz aus den Augen fallen. Pass auf die Büsche auf, da kommen immer Crawler hinterher. Wir sollen uns auf dem Weg schon mal ein bisschen auf das Feuerfeld zum Händler machen. Ich hasse diese Kornfelder, weil man da manchmal nicht sieht. Ja, ich hasse das, die Kornfelder, weil man die Crawler da nie sieht. Ja, ja. Da ist ein roter. Hinter euch! Stalker hinter dir. Tot. Lade nach. Brauche Heilung. Lade nach. Die gibt die Heilung. Es geht. Oder liegt Muni. Ich krieg dich nicht, Mann. Jetzt, ich steh still. Ab. Kettensägen, Mann. Oh, oh. Okay, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Den kriegen wir. Muss nachladen. Okay. Der geht auf dich, der geht auf dich, kacke. Gut. Ich sehe ja seine Lebensanzeige als Kommandotyp. Wie? Okay. Alles okay bei dir, Feldo? Ja, mir geht super. Dann ist gut. So sieht ihr, dass ich mal von Kopf, äh, kopflosen Kotze angekotzt wurde. Wow, Bitch. Schon. Kettensägen, Mann, ich bin im Arsch. Nein, rette den Feldo. Du musst von hinten kommen und ihn heilen. Er ist tot. Rette Feldo. Nein, er ist tot. Ja, ich bin tot. Jetzt sterbe ich auch noch. Hinter dir. Ich weiß nicht, musste der Kot raus. Ich bin fast tot. Nein, du bist nicht fast tot. Der Baba ist da. Vorsicht. Krieg dich einfach nicht ins Ziel, Mann. Ich stehe nur nur still hier rum. Ja, aber da hinten war ein Rocket Launcher. Der war aber schnell weg. So, ich brauche eine neue Waffe und ich glaube, was bringt denn der Commander eigentlich, der Perk? Äh, man sieht Stalker und... Man kann Bewehre machen. Lass sie leben. Gut. Und, äh, man sieht Lebensanzeigen. Von Gegnern, wenn die ganzen da drin sind. Brauchen wir Heilung übrigens. Krieg sie. Der Mann ist schon mal ein bisschen auf zum Händler. Wir haben noch 150 Meter vor uns. Jo. Spawnfeld. Ich heile meinen einen... ...Heal-Punkt. Okay. Meine Schneidzeck ist übrigens leer. Meine, was? Meine Schneidzeck, meine MP. Jetzt muss ich die Dual-Wheel hier rausholen. Ah, Kill-Di-1 hat sich eben schnell. Ich möchte ja dabei sein. Alter! Wir Dolphos viele Kills. Wie viele hat der denn? Ha, 282. Du hast 167, ich hab 150. Ja. Wir sind die Ultra-Falte, wir haben... ...Wir haben Black-Obs-Zombie-Modus-Erfahrung. Ich hab Left-For-Dead-Erfahrung. Ja, die hat der Bedoufers auch noch dazu. No. Da kommt ein Kettensägen. Oh! Nicht auf den Kettensägenmann schießen, sonst wird er sauer. Zu spät. Nee, die Kettensägen-Männer werden immer sauer. Schlimm sind wirklich diese komischen... ...Super-Viecher. Okay, Hilfe! Gut. Ja, schreckt. Okay. Strecken und Recken. Boah, ich krieg Hunger. Besser ausrüsten, komm. Und Durst. Du bist erst mit der Aus. Wie lange brauchst du zum Händler ungefähr? Äh, 50 Meter dauert nicht lang. Na, scheiße. Dann kann ich's doch nicht machen. Sprinten uns gerade die Ärsche weg. Und dann hätt ich mir eben Glas geholt und ein bisschen Meth getrunken. Nee. Lohnt nicht. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur auf den Boomer oder Kotzer oder wie immer, der jetzt heißt, warten. Ich nenne ihn mal Boomer. Wenn sie einfach Ekelviecher... Ekelviech stirbt! Ab ihn. Gehetshot. Jetzt bleib ich noch den Rest rein und weg. Ja, kleck mich doch. Ich muss 100 Meter laufen. Oh nein. Das kriegst du hin mit Messer. Ja, aber ich hab da nicht mehr so wirklich viel Zeit zum Shoppen. Ach, das... Du weißt ja, wo deine Waffen ungefähr sind. Na, ich wollte neue Waffen ausprobieren. Dann mach einfach schnell. Hahahaha. Hat jemand vielleicht ein bisschen Kohle für mich? Wir erwarten dich am Sonnenaufgang des dritten Tages oder wie auch immer. Da ist er doch. Da bleib ja genau gar nichts. Trink mal einen Schluck. Oh, gute Idee. Das, wovon ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe und ihr tut es jetzt einfach, ey. Ist ja Kacke. Wir schütteln dir was durchs Mikrofon, wenn du möchtest. Ja. Ja, macht mal. Aber dann kommt es leider bei den Ohren raus, also muss er aufpassen. Ja, bin wieder da. Okay. Der Himmel ist eigentlich ganz hübsch. Bis auf, dass er ziemlich gruselig ist. Ich vermisse irgendwie den Todesstern immer, wenn ich in den Himmel gucke. Todesstern? Ja, Skyrim-Mode. Okay, komm. Was? Ich habe einen Skyrim-Mode drin, einen Todesstern. Ich habe da auch den Mond von The Legend of Zelda, Majora's Mask. Ich habe da auch den... Ich habe da auch den Jordan-Mode drin, die in den Augen, die in den Augen, die in den Augen getrachtet, nicht nur einiges Schwerks, aber so ist es so, wie es ist es so. Vielen Dank.